ja hallo und herzlich willkommen liebe camcorder freunde liebe freunde des films in diesem kleinen video möchte ich euch einmal die camcorder neuheiten von canon für dieses jahr also fürs jahr 2013 näher bringen und zwar bringt canon 4 neue camcorder auf den markt zum einen ist es die canon lecrea hf r406 zum zweiten ist es die canon lecrea hf r46 die canon lecrea hf r48 und neu canon lecrea hf g25 das sind die vier neuheiten die von canon auf der ces in diesem jahr vorgestellt wurden und ja die canon lecrea hf r406 ist im großen und ganzen der nachfolger der canon lecrea hf r306 was neu ist bei diesen bei diesem camcorder bei dem nachfolger hf r406 im vergleich zum vorgänger diese kamera kann nun mit 50 vollbildern pro sekunde aufnehmen also 1080 50p progressive und der vorgänger konnte nur mit interlaced aufnehmen also mit halbbildern jetzt kann diese kamera endlich mit vollbildern aufnehmen was den hobbyfilmer natürlich sehr freut und der laik wird den unterschied natürlich nicht erkennen trotzdem eine schöne sache natürlich hat die canon lecrea hf r406 auch einen neuen akku bekommen wir erinnern uns der vorgänger hf r306 der akku der hielt 15 vielleicht 20 minuten jetzt verspricht canon besserung der akku soll eine stunde lang halten und länger und ja außerdem eine erneuerung man kann wieder oder weiterhin im mp4 modus aufnehmen allerdings jetzt in full hd das war beim vorgänger nur in hd also 720 pixel möglich jetzt sind es 1080 außerdem hat die canon lecrea hf r406 auch noch einen neuen bildprozessor bekommen nämlich die dgx dv4 ansonsten ist bei dem camcorder eigentlich alles gleich geblieben sieht fast genauso aus wie der vorgänger und ja kommen wir auch schon zum nächst höhere modell canon lecrea hf r46 der unterschied zum zur lecrea hf r406 ist einfach dass diese canon lecrea hf r46 einen internen speicher von 8 gb hat und eine wlan funktion ganz wichtig das sind die beiden größten unterschiede wlan funktion und was habe ich gesagt wlan funktion genau und festplattenspeicher von 8 gb das sind die größten unterschiede zwischen diesen beiden camcordern und dann gibt es noch die canon lecrea hf r406 auch wieder mit wlan und einem festplattenspeicher von 32 gb das sind so die ansonsten sind diese camcorder ich kann das ja auch mal zeigen wenn man das hier sieht hf r48 beachtet mal dieses bild hf r46 bild beachten ich gehe wieder zurück hf r46 betrachten wir diese bilder ändert sich jedes mal eigentlich nur was unten in der spiegelung und hier im bildausschnitt des displays ansonsten ist es zumindest auf der canon homepage jedes mal das gleiche kameragehäuse also gehe ich mal wieder davon aus dass die camcorder sich im wlan und im internen speicher unterscheiden werden zu den preisen die canon lecrea hf r406 soll 299 euro kosten und ist ab mitte märz 2013 erhältlich die canon lecrea hf r46 soll 399 euro kosten und ist auch ab mitte märz 2013 erhältlich kommen wir zur canon lecrea hf r48 preis 499 euro natürlich alles uvp preise also empfohlene herstellerpreise und auch ab mitte märz erhältlich im handel in deutschland gut kommen wir zum spitzen modell canon lecrea hf g25 kreative entfaltungsmöglichkeiten für hobbyfilmer hier handelt sich um ein ja wie sagt man ein camcorder der gehobenen weiß nicht vielleicht sagt man das gehobene mittelklasse die canon lecrea g25 ist ab mitte februar schon zum preis von 1099 euro erhältlich stolzer preis natürlich ja zu den eckdaten aufnahmemedium also festplatten speicher sind intern 32 gb so was diese kamera nun allerdings nicht kann mit vollbildern aufnehmen warum auch immer überall steht dass diese kamera nur mit 1080 50 aufnehmen kann nicht mit p mit vollbildern sondern mit halbbildern warum das so ist keine ahnung dazu habe ich noch nichts gefunden maximale optischer zoom ist zehnfach display die display größe 8,8 cm und ja sie hat was mich noch wundert keine mikrofonbuchse sondern nur eine kopfhörerbuchse genau wie die anderen drei vorgänger auch also keine lecrea hf r406 hat keine mikrofonbuchse nur eine kopfhörerbuchse die hf r46 genauso keine mikrofonbuchse nur eine kopfhörerbuchse eine lecrea hf r40 keine mikrofonbuchse nur eine kopfhörerbuchse und ebenso die g25 keine mikrofonbuchse und man sieht es hier auf dem bild auch anscheinend kein zubehörschuh für mikrofone sonstiges zubehör und so weiter nur ein kopfhöreranschluss ja warum weshalb verfügbar im handel was man sich mit diesem neuen camcorder jetzt gedacht hat wenn er zu dem preis nicht mal in vollbildern aufnehmen kann und die hf r406 das aber schafft warum man das jetzt so gemacht hat weiß ich nicht besonderheit manuelle aussteuerung des tons also manuelle tonaussteuerung wer sich ein bisschen besser mit camcorder auskönnt weiß das zu schätzen und kann damit auch was anfangen für den einfachen hobbyfilmer reichen allerdings entweder die hf r406 hf r46 oder mit 32 gigabyte speicher die hf r48 gut das soll es auch schon mal zu einem kleinen übersicht der neuen canon camcorder gewesen sein und ja ich hoffe euch hat dieses kleine video gefallen einzelheiten zu den camcorder kommen natürlich separat verpackten einzelnen videos sonst würde das hier dieses video sprengen und ja wie gesagt wenn fragen sind gerne ab damit in den kommentare ich freue mich beantworte gerne die fragen von euch bekomme auch viele mails im moment und ja wie gesagt wenn ihr fragen habt ab damit in die kommentare ich versuche so schnell wie möglich zu antworten und ja das war's von mir und wartet noch auf das auto ich verlinke wieder ein video aus meinem anderen kanal und würde mich freuen wenn ihr da auch mal vorbeischaut das war's von mir in diesem video ich sage vielen dank fürs reinschauen fürs dranbleiben und bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal bla